Äh, warum weckst du mich? Es ist an der Zeit, das Chaos zu beenden und die Welt neu zu ordnen. Nein, nicht jetzt. Und jetzt mach, dass du hier rauskommst. Du hast Großes vollbracht. Stör mich nicht. Du hast hier nichts verloren. Raus! Du wirst siegen. Wirst du schwer? Raus hier! Du hast meine Rache an ihnen vollstreckt. Hör sofort auf damit. Verschwinde von hier. Hey. Du suchst doch nicht etwa wie der Streit. Reg dich ab. Ich will mich nur mal umsehen. Um diesen Krieg zu gewinnen, muss die Macht in das... Ja, ja, ich hab's verstanden. Mach, dass du hier verschwindest. Sei ruhig. Ich höre gerade zu. Wer bist du? Ich suche Xardas. Was weißt du über Xardas? Für Xardas. Was weißt du noch über Xardas? Für den König. Aha. Was willst du? Gib mir sechs Kisten Xardas. Sicher. Das hatte ich erwartet. Und wir unterhalten uns gerade. Du scheinst Xardas zu mögen. Folge mir. Erzähl mir was über Xardas. Ich leg mich hin. Da hast du dir ja was vorgenommen. Nimm deine Finger da weg. Aber... Du willst doch nicht schon wieder Ärger machen. Warum nicht? Geh mir aus den Augen. Springt dabei auch was für mich raus. Ach, mein Kopf. So, das war's. Du weißt, wo du mich findest. Wo ist Xardas jetzt? Wo ist Xardas. Für mich mettre. Du weißt eh. Und wenn ich sie erzählen kann,